Hier präsentieren wir die 5 die besten Drucker. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der erschwingliche Drucker von Epson bietet mehrere Funktionen für wenig Geld. Der InGear Multifunktionsdrucker druckt mit einem passenden 5760p, 1440p bei wirklich schnellen 15 Webseiten im Schatten und auch 33 Webseiten in Schwarz und Weiß. Alle typischen Wifi-Übertragungsalternativen sind nachhaltig, ebenso wie das reduzierte Gewicht von nur 4,2 kg macht den Drucker-Scanner sowie den Fotokopierer zu einem echten Deal unter den Multifunktions-Guard geht. Das Toll zeigt Schwachstellen in der Darstellung der Schattierungen in Bildern genau hier waren Patronen von Drittanbietern in einigen Fällen in der Lage, weit bessere Ergebnisse zu erzielen und auch im soliden Wachstum während des gesamten Drucks selbst. Für den regulären Gebrauch oder den täglichen Arbeitsplatzjob muss jedoch etwas mehr ausgegeben werden, zumal der kassettenfreie Papierreinzug in der Untersuchung zusätzlich häufig dazu neigte, ein zusätzliches Lesblatt zu ziehen. Nummer 4. Das Farbendiert Multifunktions-Guard-Git von Canon war eines der teuersten Werkzeuge in den Top 5, überzeugte jedoch mit einer Reihe von Funktionen, um sicherzustellen, dass ein allgemein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Der Drucker hat wirklich alles, was man von einem Multifunktions-Guard-Git erwarten kann und ist daher auch für den persönlichen Gebrauch und auch den täglichen Service geeignet. Genau hier hat sich das Werkzeug dank der Kapazität des Duplex-Drucks sowie der 250-Blatt-Kassette besonders gut entwickelt. Der Drucker verfügt über einen Scanner, Fotokopierer und auch Fax-Funktion sowie ermutigte die Tester mit einer großen Druckrate von 15 Webseiten Promin in Schwarz-Weiß oder 10 Webseiten im Schatten. Insbesondere hatte die Version die Möglichkeit, mit Bilddrucken oder hochauflösenden Grafiken und auch Bildern zu rackern. Da mit einer Auflösung von 9600p, 2400p, hervorragende sowie knackige Ergebnisse in der Prüfung erreicht wurden. Aufgrund der hohen Tintenaufnahme ist sie im Arbeitsalltag viel weniger ideal als beispielsweise ein dramatisch günstigeres LAS-RD-Sichen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Der erschwingliche Drucker von Samsung hatte die Möglichkeit, sich in der Wistenliste als die billigste Graustoffen-Laser-Version zu setzen. Es begeistert vor allem mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und auch toller Druck-Top-Qualität sowie Rate mit 1200p, 1200p bei 20 Webseiten Promin. Der Drucker verfügt ebenfalls über eine Papierkassette mit einer Kapazität von 150 Blatt, um sicherzustellen, dass sie zusätzlich am Arbeitsplatz genutzt werden kann. Duplex-Druck wird an Bord, aber nur von Hand, was darauf hinweist, dass jede Webseite zweimal gepackt werden muss. Bei der Prüfung wurde der Drucker ebenfalls sehr schnell in den Prozess genommen, das Software-Programm ist einfach und auch klar, und auch die mobilen Druck-Alternativen überzeugten zusätzlich. Mit einem Gewicht von nur 4 kg ist das Gartget ebenfalls recht leicht und auch tragbar, was von den Testern zusätzlich günstig entdeckt wurde. Insgesamt ist der SLM 2026W von Samsung ein kostengünstiger, tragbarer Schwarz-Weiß-Drucker mit großer Druckauflösung sowie einer hohen Druckrate in Verbindung mit der Rate. Nummer 2 Der Multifunktions-Drucker von HP war der beste Bilddrucker und damit auch der zweitbeste Drucker in der Prüfung. Im Gegensatz zu Versionen in einem vergleichbaren Raten-AI veröffentlichte der Tintenstrahldrucker NW4520 bis zu 6 Webseiten promen im Schatten je nach Auflösung recht schnell. Der Drucker verfügt über einen Bildschirm und kann daher auch ohne Computer für Skans oder Duplikate verwendet werden. Die Fähigkeit, Bilder mit einer Auflösung von ca. 4800p 1200p zu veröffentlichen, war für viele Tester äußerst überzeugend. Die Regelung über LAN-Funktionen ist äußerst zuverlässig und schnell möglich, um sicherzustellen, dass aufgenommene Bilder unterwegs an den Drucker gesendet werden können. Und die Nummer 1 unserer Liste Der Ideal-Drucker bei der Untersuchung war der Graustoffen DAS-IR-Drucker HLL 2340DW von Sibling. Die Version begnügt sich mit einer wirklich hervorragenden Druckrate von 26-Webseiten-Promen sowie einem ordentlichen und auch ausgezeichneten Druckbild. Der Tester hat zusätzlich die Wahl des automatisierten Duplex-Drucks getroffen, der es ermöglicht, große Stückmangen von Datensätzen schnell und schnell beidseitig zu veredeln, was Papier schont und ebenso das Gewicht sowie die Dimension der Fertigstellungsergebnisse größerer, mehrseitiger Druckdateien dramatisch minimiert. Da das Gartget nur in Schwarz-Weiß veröffentlicht werden kann, ist es besonders ideal für den Einsatz als Plattendrucker am Arbeitsplatz oder zu Hause sowie für Schüler und Schüler. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.